Raus aus der Regenrinne, rein in den Bachlauf, das Wasser soll erst fließen, dann verweilen und schließlich versickern. Es ist ein Experiment. Wenn er stehen bleibt, dann hüpfen wir mit dem Hüpfer nochmal drüber in der Baseck. Ja, gar nicht verdichtet. Und dann haben wir... Na so, es schon wickelt sich. Ich dachte, so an diese Randzonen, so hier, würden wir diese Grasnarbe wickeln. Auf dem Gelände der Lebensbogengemeinschaft am Dörnberg ist ein Wasserlauf entstanden. Der ist fast fertig. Jetzt muss nur noch die Natur auf die Baustelle zurückkehren. Moana und Toka helfen heute ein wenig nach. Wir sehen heute Wildblumen-Wildkräutermischung. Und die Herausforderung heute ist ein bisschen viel Wind. Deswegen sehen wir ganz nah am Boden und hoffen, dass es alles nicht so sofort wegfliegt. Guck mal hier, Gartenrotschwänzchen. Das ist immer dabei gewesen, auch beim Bauen. Ja, schön. Ein Gartenrotschwänzchen. Fauna und Flora sollen den neugestalteten Wasserlauf erobern. Entstehen sollen hier sogenannte Blenken. Die mit Lehm ausgekleideten Mulden sind mal feucht, mal trocken. Hier sieht man es so ein bisschen, da ist schon ein bisschen Feuchtigkeit drin. Das soll nicht unbedingt ein Teich sein, wo durchgehend Wasser drinsteht. In manchen Stellen wird das vielleicht so sein. Aber das besonders Schamhafte ist eigentlich das, wo das Wasser immer wieder weggeht und wieder dazukommt. Weil das ist ein besonders artenreicher Lebensraum, wo halt sehr viele verschiedene Tiere und Pflanzenarten drin leben können. Die Gemeinschaft hat den Wasserlauf vor einem Monat mit vollelektrischen Maschinen gebaut und mit Muskelkraft. Im Sommer soll es weitergehen. Ein paar helfende Hände und Muckis wären auch nicht schlecht und vielleicht auch nochmal ein Bagger. Tatsächlich werden wir da vorne noch weitermachen und dafür braucht es nochmal ganz schön Action und auch Verrohrung. Wir müssen auch Rohre legen und Regenrohre umlegen. Denn bisher fließt nur rund ein Siebtel des Regenwassers von den umliegenden Dächern ins Arbeitsgelände. Aber im Juli wird weitergearbeitet und 120 Helferinnen und Helfer von der Bundesarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter Gartenbetriebe, kurz BASEG, werden erwartet. Wir haben hier überwiegend ein Parkgelände mit einer sehr geringen Artenvielfalt. Und wenn die BASEG kommt, dann wird noch ein barrierefreier Weg gemacht, die Ränder werden begrünt, es entstehen da auch wieder Biotope. Im Moment ist es am Hang gelegen, deswegen ist es mit dem Bachlauf auch recht einfach gewesen, den dann irgendwie zu gestalten und zu kreieren. Aber nichtsdestotrotz für Menschen mit Einschränkungen, Mobilitätseinschränkungen, sind halt viele Strecken einfach durch Treppen nur zu überwinden und mit Stufen. Und das wollen wir auch einfacher machen, dass wir einen barrierefreien Weg schaffen. Der Wasserlauf, der mit Mitteln aus der Umweltlotterie genau angelegt wurde, markiert nur den Anfang. Weniger Park, mehr Natur für alle, die hier leben.